So, play like a legend! Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Ach, Ricky vorne haut jetzt auf die Kacke, guck mal da! Ja! Na, mach das, mein Freund! Ich dachte, hier bist Freunde! Aber wenn du so machst! Dann hast du die Auskarte jetzt! Jetzt komm ich! Na, koche, wir kommen doch, oder? Komm jetzt! Komm jetzt! Der mentally, der Tambi! 2nd Schnitt hier auf der 7. 83 83 so... Oh, das wäre so, wenn du ganz schlecht bei mir! die schuld von ihm nur das eigentlich schon wenn er die rückwärts zurück ins loch rennen als wenn sie ein eigenes leben entwickeln und wüssten wo sie hin müssen das ist ja nicht schlecht tracking Träckige Slicer! Ah, das war ein paar. Ah, das war ein paar. Das war ein paar. Das war ein paar. Das war ein paar. come in the play as it's some 15 yards short of the green however there's a runoff areas both right and left that could cause some issues for these players hey andere seite das erfüllt scheiße this would be a great up and down from this spot holstein holstein mach mal ein bisschen ist ein bisschen vernünftig wenigstens ohne ohne boogie hier wegkommen kaffee nervennahrung auch noch 15 auch noch acht die neue seite war für ron auf 400 jahre rich but recently players have been a little bit more aggressive off the team players are trying to take all the bunkers in the fairway out of play by taking driver in hitting it over the right hand one from there's players will have a very simple second shot to a green that's fairly bland look there's just not much to it this is a great murray opportunity was eigentlich vergessen he's got a round one twenty five here looks to have opted for the age on great looking shot this oh almost well in so you can sit there inside the range das wäre ja important part here they make it they're into the top five oh das ist ja mal oh yeah this is tracking he's in und wird jetzt kannst du was sagen den mann immer und ich doch schon mal so schön what do we catch up with what tiger is up to who'd have thought we'd see this he is behind his rival can he do the catching up that's necessary should find the green here ich dachte jetzt auch noch rein weist also die und noch nach links und dann nach rechts und dann dann hätte ich aber das grübeln gekriegt und als wir step on to the 10th tree rich always good to look back at the nine holes just played well look it's been fun watching this player duke it out with their rival that's for sure they're winning the rivalry thus far should be fun to see where these two and then think ich jetzt am cocktail ich bin nicht zu vergnügen hier schön schön dass da ein baum steht okay das ist der irritations baum um harmlose wolle von der wischung ich bin die fahre nicht das ist der eine kreise angeht die ist der wachst der wachst der wachst die ist der wachst ein opportunity für eine die 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 das ist die 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 ich komme ich hole dich ein ich habe es auch nicht über den rand ich denke so viel meter sind so viel meter im arsch reicht ja nicht okay okay so So? Grip it and rip it. Those fairway bunkers down the right hand side they are really not a big bother. So try and take those on as best as you can. Oh, das sieht interessant aus. Ich mach den so. Und dann kriegt er noch was dazu. Hey, da gibt's nicht was dazu. Hallo? Mach keinen Scheiß jetzt. Okay. Okay, dann geht's ja auch noch. Hm. Nicely done. Auch ganz gut so. Oh ja, tschüss. Aber ja. Kein Scheiß. Äh nein. So. So, den haben wir jetzt. Also. Machen wir ihn so. Was hab ich jetzt gemacht? Und das war? Äh. Das war aus dem Ruder gelaufen. Das war irgendwie gar nicht vor. So wollte ich das gar nicht haben. Und hier sind wir mit dem dritten Schuss. Hm. Du bist mein Freund. Oh, that's a tasty looking chip. Teiger, du bist mein Freund. Very smooth tempo there on that chip. Du bist mein Idol. Worte ich das jetzt auf? Ach, ich kann ihn gar nicht. Ich wollte den Dings machen. Wir liegen jetzt hier. Äh. Mit 10 Uhr macht immer links vorbei so viel, ne? Ach, wieso halte ich den Schlägeren falsch, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich mach ja mit dem rechten Daumen auch den linken. Auch den linken Joystick. Leute, die länger gucken, die wissen das. Nice stroke. Ja, gut zu Dank. Gut zu Dank. Weil das ist immer gleichmäßig zu viel. Sind gleichmäßig so weit daneben, ne? Ja. Trailing by a couple of strokes now. Wenn ich dann noch ein bisschen dichter rankommen könnte, der wäre schon noch viel interessanter. Well, birdies, it's certainly on the mind of the players when they stand on the tee, the par 5, 13, but there are bogeys here as well if you're not careful. Don't get careless with this tee shot. Don't avoid the water on the right and try and hit it down the left hand side because out of bounds comes in quickly. just left of those fairway bunkers. From the fairway, you have to decide where you want to go for it or lay it up out to the right. Any shots missed out to the right will leave a delicate chip to a green that runs away from the player towards the water. Yeah, they don't have to say anything about the water, right? Good. Hey, Rich! This second shot in the 13, front with danger? It will get your attention in a hurry, Luke. There's water fronting this green and a severe slope, kind of a false front, which will feed the golf ball back in the water wenn sie es nicht tief in die Gegend mit ihren zweiten Schotten ob etwas, langes und rechtes, wird es auch ein delicatter Schotten bitte springen noch nicht zum recht reicht hey mein Gott, hey, gute play gute play, dachte da so Es lohnt man Oh what Was ist das? Ich habe mich treffen Ich habe mich gefreut Es ist noch ein Fass Mohammed Mohamed